ja die aufnahme von part 2 ist leider aus meiner sicht leider muss ich euch enttäuschen die wurde jetzt nicht abgebrochen und so nein die part 2 zeige ich euch nur ein kurzes schnitt hallo leute herzlich willkommen zu einer weiteren part von super sales roll ja wir sind letzte folge hier stehen geblieben die helden also köpfe und selda sind geflohen von diesen keine ahnung was dieses dieses kugel gegen da was richtig explodiert da waren die noch gerettet worden mit der wahlstern noch sind die noch schnell geflohen und ja und was jetzt mal marion und fett ist keine ahnung wir wissen nur nicht auf jeden fall diesen irgendwie den schwarz auf jeden fall ist das irgendwie so ein schlimmsten kugel schwarzes loch irgendwie ist das in der kugel so ein heftiges schwarzes kugel halt das richtig bereitet sich so ganz größer auf einfach verwandelt sich so eine kugel wo wer kloppt denn da jetzt reihe der lüfte mann war es der das ist der ja ihr seht sind mein mikro wie ausgegangen und und das bild auch wie es verschrumpfen worden ich weiß nicht warum das ganze passiert ist ich kann mir das nicht erklären ich also dass der nächste part 3 wird weiter laufen also keine sorgen macht euch keine sorgen part 3 wird weitergehen also ich jetzt nur ein bisschen schade ist es schon wieder mal ein aufnahme wieder kaputt war also wieder aufnahmen wieder gekennzeichnet dass wieder in dieser part wieder das ganze bild verschwendet war und auch das mikro auch nicht konzept ja ich würde nur sagen also ich wünsche euch einen schönen tag geben daumen hoch und wir sehen uns ciao